Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. Heute befassen wir uns mit dem Thema Steinschlagprüfung. Die Steinschlagprüfung mittels Multischlagprüfung nach DIN EN ISO 20567-1 ist dazu da, um Steinschlagschäden am Fahrzeug zu simulieren. Sie ist also eine simulative Prüfmethode mit relativ geringem Prüfaufwand. Eine bestimmte Menge und Qualität Beschussmaterial wird unter definiertem Druck in einer definierten Förderzeit auf die Prüffläche beschleunigt. Der Grad der Schädigung der Beschichtung wird mit genormten Bildern verglichen und einem entsprechenden Kennwert zugeordnet. Je nach Anforderung wird das Ergebnis für in Ordnung oder nicht in Ordnung gefunden. Also eine scheinbar einfache Prüfung, bei der nicht allzu viel schieflaufen kann, sollte man meinen. Der Teufel steckt aber im Detail. Es gibt eine Vielzahl an Parametern und Eigenschaften der Prüfmaterialien, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Prüfergebnis haben. Angefangen bei den offensichtlichen, genormten Einflussgrößen Beschussmaterial, Druck und Beschusszeit. Es handelt sich bei dieser Prüfung um den Versuch, einen relativ komplexen kinetischen Prozess nachzubilden, der auch viel Spielraum für Variationen lässt. Allerdings ist für eine Vergleichbarkeit der Multischlagprüfung eine Vereinheitlichung schon sinnvoll. Die Norm ISO 2567-1 bringt dafür alle Voraussetzungen mit. So wird zum Beispiel innerhalb der Norm auf die ISO 11124-2 verwiesen, die ein genau definiertes Hartgusskanulat als Beschussmaterial vorgibt. Hierbei handelt es sich im Grunde um die wichtigste Vorgabe zu dieser Prüfung, da die Beschussmittelqualität den größten Einfluss auf das Prüfergebnis hat. In der Praxis trifft man hier aber auf eine Vielzahl unterschiedlicher Beschussmaterialien, die teilweise auf Vorgaben aus anderen Normen, aber auch auf unterschiedlichen Spezifikationen der jeweiligen Anwender beruhen. Eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander ist so nicht möglich, weil sich die Beschussmaterialien bei der Prüfung zum Beispiel in Form, Anzahl und Größe unterscheiden. Das führt natürlich zu ganz unterschiedlichen Beschussbildern. Das gilt auch für den Druck und die Beschusszeit. Hier kann es vorkommen, dass vereinzelt Kundenspezifikationen von den Normen abweichen. Reduziert man zum Beispiel den Druck, verringert sich ebenso die Aufprallgeschwindigkeit und ein abgeschwächtes Beschussbild ist die Folge. Verlängert man zum Beispiel die Beschusszeit erhalten die einzelnen Granularteilchen mehr Freiraum und prallen unter anderem seltener gegeneinander und gegen das Beschussrohr. Dadurch verändert sich die kinetische Energie der einzelnen Teilchen und das Beschussbild wird wiederum beeinflusst. Das Ganze geht sogar so weit, dass selbst beim Vergleich von Beschussbildern, die mit verschiedenen baugleichen Geräten durchgeführt wurden, unterschiedliche Ergebnisse zustande kommen. Der Grund für solche Abweichungen können zum Beispiel unterschiedlich abgenutzte Beschleunigungsrohre sein. Hier ist die Innenseite eines bereits stark beanspruchten Beschleunigungsrohres zu sehen. Das Beschussmaterial hat die Innenwände so stark aufgeraut, dass Granularteilchen hier stärker abgebremst und bei Berührung turbulenter gestreut werden als an den glatten Innenwänden eines neuen Rohres. Bei ungleichmäßigem einseitigem Verschleiß ändert sich natürlich auch der Beschussfokus auf der Prüffläche. Deshalb sollte das Beschleunigungsrohr regelmäßig nach 1500 Beschüssen gedreht werden, damit es gleichmäßig verschleißt und nicht frühzeitig durchschossen wird. Hier ist jeweils eine 120 Grad Drehung zu empfehlen und entsprechend der Austausch des Rohres nach der zweiten Drehung. Auch eine Kalibrierung gemäß der ISO 2567-1 in sinnvollen Zyklen sollte dringend eingehalten werden. Was hier sinnvoll ist, ist abhängig von der Häufigkeit, mit der Prüfungen am Gerät durchgeführt werden. Zusätzlich sollten regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfungen des Gerätes zwischen den einzelnen Kalibrierungen stattfinden. Schon geringste Druckabweichungen können Unterschiede im Beschussbild ausmachen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten deshalb regelmäßige Geräteabgleiche durchgeführt werden, um zu garantieren, dass zum Beispiel die Lacklieferant und Anwender zu den gleichen Beschussbildern kommen. Hier kann dann unter Umständen durch leichte Anpassung der Beschusszeit oder des Drucks eine Angleichung der Beschussbilder erreicht werden. Das lässt am Ende aber immer noch einen der größten Einflussfaktoren auf das Ergebnis außen vor, den Prüfer. Schließlich muss er oder sie am Ende entscheiden, welchen Kennwert er dem einzelnen Beschussbild zuordnet. Hier sind natürlich Erfahrung und ein gutes Auge notwendig. Das kann sich aber von Prüfer zu Prüfer unterscheiden und auch gerne tagesformabhängig sein. Das liegt einfach daran, dass es eine sehr subjektive Entscheidung ist und die Beschussbilder werden in der Regel auch nicht digital dokumentiert. Abhilfe schaffen kann hier eine automatisierte Auswertung mittels Software. Hierfür gibt es Analysesysteme, die die Beschussbilder digital, also auch entsprechend objektiv auswerten und ebenso eine digitale Dokumentation vereinfachen. Dabei wird das Beschussbild einfach über eine Kamera erfasst und von der Software ausgewertet. Ein ebenfalls nicht zu vernachlässigender Faktor ist die richtige Konditionierung der Prüfplatten. Eine Prüfplatte zu prüfen, die erst vor zehn Minuten aus dem Einbrennofen entnommen wurde, zeigt mit Sicherheit andere Ergebnisse als eine vor der Prüfung normgerecht konditionierte Prüfplatte. Denn organische Beschichtungen sind in der Regel nie zu 100 Prozent getrocknet oder ausgehärtet, wenn sie aus dem Ofen kommen. Zu diesem Zeitpunkt zeigen sie also andere mechanische Eigenschaften als nach ausreichender Konditionierung. Hier gibt die ISO 20567-1 eine Konditionierungszeit von mindestens 16 Stunden bei 23 Grad Celsius und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit vor. Organische Beschichtungen können zum Beispiel Luftfeuchtigkeit aufnehmen und dadurch anquellen, werden also weicher. Oder sie zeigen temperaturabhängig leicht variierende elastische Eigenschaften. Hat man also sein Multischlag-Prüfgerät zum Beispiel in einem Heizungskeller stehen und lagert auch dort gleich seine Prüfplatten, erhält man mit Sicherheit wieder ein anderes Beschussbild, als wenn das Prüfgerät und die Prüfplatten in einem kühlen Feuchtraum gelagert wurden. Beide Standorte wären im Übrigen nicht normgerecht, da mit Verweis auf die ISO 3270 die Prüfbedingungen bei 23 plus minus 2 Grad Celsius und 50 plus minus 5 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit liegen müssen. Hier sind aber auch die Vorgaben der Prüfspezifikationen zu beachten. Ist zum Beispiel eine Prüfung bei Minustemperaturen vorgesehen, sollte nicht nur das Testblech, sondern auch die Raumtemperatur, das Prüfgerät und das Beschussmaterial entsprechend temperiert sein. Letztlich geht der Trend immer mehr in die Richtung Prüfungen an Originalbauteilen, sprich hin zu komplexen Geometrien. Das führt natürlich zu einem noch praxisgetreueren Beschussbild und nimmt den Einfluss der Probenplatten selbst aus der Gleichung. Denn ob man eine flache Oberfläche eines Metallblechs oder zum Beispiel eine abgewinkelte Rundung an einem Kunststoffbauteil prüft, macht natürlich ebenfalls einen großen Unterschied im Beschussbild aus. Hinzu kommt, dass die ISO 20567-1 zwar Material, Dicke und Maße der Probenplatte vorgibt, der Einfluss der mechanischen Eigenschaften im Vergleich zum tatsächlichen Substrat jedoch ganz anders sein kann. In Ergänzung zum VDA-Gerät gemäß der ISO 20567-1 zeigt sich auch ein Trend hin zum SAE-Gerät gemäß SAE-J400, da hier das Beschussfeld frei ist und der Beschusswinkel frei einstellbar ist. Daneben gibt es auch bereits in Hausnormen aufgenommene Aufsätze für das VDA-Gerät, die variierende Beschusswinkel und variierende Abstände ermöglichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freuen Sie sich auf weitere Videos von Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den Internetseiten der DFO, der EGL und von Besser lakieren.